Wir sind die erste Adresse für umfassende steuerliche Beratung in Deutschland und weltweit. Wir sind stolz darauf, die Hidden Champions und viele bekannte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen sowie deren Inhaber in allen Phasen beraten zu dürfen. Unser Kümmererprinzip bei Röhl & Partner ist für den Bereich Steuerberatung unsere Schlüsselkompetenz. Das begeistert regelmäßig unsere Mandanten. Für mich als Steuerberaterin und für unsere Steuerteams in den Beratungsfeldern bedeutet das, dass man sich eines Mandanten, eines Mandats, einer Anfrage annimmt, Verantwortung, auch Vielsorge zeigt, dass ich mich bei möglichst allem tief reindenke und präzise und natürlich auch pragmatisch durchdenke. Eine ganz besondere Stärke unserer Steuerberatung ist die Internationalität und zwar echte Internationalität. Wir haben exzellente Steuerexpertinnen und Experten in unseren 50 Ländern, auf der ganzen Welt, in unseren eigenen Büros. All professionals in our office believe that the word team stands for together everyone achieves more. The one firm, one team structure enables us to provide structured and practical solutions under all applicable taxes for our clients. Over the years we became more friends than just merely colleagues. Unsere Beratungsleistungen sind eng vernetzt, nicht nur mit den angrenzenden Geschäftsfeldern der Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung, BPO sowie Unternehmens- und IT-Beratung, sondern auch international, mit unseren Büros weltweit. Der Mandant erwartet von mir, dass ich voranlaufe und nicht hinterherlaufe. Hierfür muss ich in Steuerrecht auf Ballhöhe sein, aber auch politische und wirtschaftliche Entwicklungen im Auge behalten. Wir sehen auch Themen, die über unseren ursprünglichen Auftrag hinausgehen, adressieren die und falls notwendig erarbeiten gemeinsam mit Mandanten Lösungsvorschläge. Wir haben Digitalisierung zu einem zentralen Thema unserer steuerlichen Beratung gemacht. Daraus entstanden sind mehrere Toolsets und Lösungen, mit denen wir unsere Mandanten auf dem Weg zur Digitalisierung ihrer Steuerfunktion begleiten. Dafür setzen wir auf flexibel skalierbare Lösungen, die auch in die Systemlandschaft des Mandanten passen. Den Perfect Fit erreichen wir, indem wir mit unseren Mandanten immer wieder nach dem gemeinsamen Mehrwert der Beratung fragen, sodass unsere Lösung passend ist. So this is what makes Rödel & Partner great for you and for us and the people. At the end of the day, it's always about the people. And the tax team of Rödel & Partner all over the world is composed of excellent professionals and even more better persons. So that's why I like Rödel & Partner. We are Rödel. Ich bin Rödel. Ich bin Rödel. Wir sind aus Titul.